Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier und im Livestream. Vieles, was eben schon gesagt worden ist, wird von uns vollumfänglich unterstützt, speziell das, was Frau Asch gesagt hat, Herr Hübner und auch Kollege Abrutschat. Deshalb möchte ich das nicht alles im Detail wiederholen. So viel Zeit haben wir heute für diesen Punkt, glaube ich, nicht mehr. Grundsätzlich denke ich auch, dass wir am System der Kommunalaufsicht sicher noch ein bisschen was drehen können. Da ist sicher an der Systematik was zu verändern. Aber das an so einem defizilen Projekt festzumachen, ist absolut unsäglich. Das können wir hier an der Stelle nicht so tun und das werden wir auch an der Stelle selbstverständlich nicht unterstützen. Im Ausschuss werden wir gerne mit Ihnen darüber diskutieren, aber in der Gesamtsystematik, nicht an diesem einzelnen Punkt. Dieser einzelne Punkt ist eine gute Sache für unser Land. Das wird von uns vollumfänglich unterstützt und von daher werden wir natürlich der Ausschussüberweisung zustimmen. Dem Antrag an sich können wir ganz bestimmt nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung spricht der Herr Minister.